UNTERTITELUNG Du weißt nicht, wie man flirtet, oder? Irgendwie nicht. Und was willst du dagegen machen? Ich will nur das Beste für meine Tochter. Also die Sache wird sofort beendet. Wenn du mich jetzt zum letzten Mal sehen würdest, was würdest du sagen? Amanda? Es ist lange her. 20 Jahre. Du bist nicht nur jemand, den ich vor langer Zeit geliebt hab. Du bist... das Beste an meinem Leben. Ich mache dich jetzt gerade mal kurz. Dские Pfeffer das Ausdrucken. Es gibt auch die Ausdrucken. Es gibt auch die Ausdrucken. Ich bin fast auf, was ich noch mal echtes Jesus millennials gemacht? Und ich bin fast in der Bezüchelung. ich bin fast in der Bezüchelung. Es wird auch immer rein für die Ausdrucken. Vielen Dank.